So richtig warm ist hier noch nicht. Das soll jetzt der Mai sein. Ziemlich kalt. Und ich auch. Und überhaupt, es ist alles schwierig im Moment. Alles geht den Bach runter. Es geht nicht den Bach runter, es geht den ganzen nicht sogar runter. Das ist doch egal. Was ist mit der Kunst jetzt? Da geht auch nichts voran. Dieser Kunstautomat? Oh ja, der geht. Sag einmal Elke, was haben die beiden eigentlich vorhin gehabt? Weil ich meine, so kalt ist es ja gar nicht. Nein, es ist ja auch Mai. Stimmt eigentlich. Aber irgendwie, vielleicht sind es auch zwei totale Weicheier, oder? Das kann sein. Ja, ich kenne die auch. Ja, natürlich sind wir hier, um die 19. Spielzeit des Landsberger Kunstautomaten einzuleuten und vorzustellen. Diesmal leider Gottes wieder. Ohne Vernissage? Kann im Moment leider nicht stattfinden. Aber auf jeden Fall füllen wir den Kunstautomaten am 21. Mai komplett neu auf und wir haben wieder sechs wunderbare Serien mit dabei. Und wie die vorhin schon gesagt haben, der Kunstautomat ist ja auch eine Möglichkeit, Kunst zu kaufen. Unbedingt. Ja, und das gerade eben jetzt in diesen Pandemiezeiten, wo es so viel eigentlich zu ist und so viel eben nicht geht. Hier geht's und wir freuen uns einfach wahnsinnig, wenn die Leute zuschlagen. Kunst rund um die Uhr. Ja, genau. Und das für fünf Euro. Das soll uns mal einer noch... Komm, lass uns gehen. Wir müssen noch warten. Auf was müssen wir warten? Auf Godot!